so hallo liebe modelleisenbahner ich möchte hier nur ein kleines technikupdate geben und zwar ich habe ein bisschen herumgebastelt vor ein paar tagen für einen meiner besten freunde habe ich zwei lokomotiven umgebaut einerseits eine üb 10 14 und andererseits einen üb 20 16 die haben beide noch die achtpolige schnittstelle drinnen wie ihr seht habt ihr hier die haupt platine von so einer achtpoligen lokomotive kann man gut erkennen das einzige was man hier gleich einmal sieht dass anders ist sind diese beiden widerstände die finden mich extra dazu gelötet auf dieser seite und ich möchte euch nur kurz erklären wie das jetzt ist mir geht es darum und den von die möglichkeit eben das rote vom weißen licht getrennt schalten zu können und das läuft folgendermaßen aber geht ja jetzt ganz problemlos ich kann so wie ich diese platine modifiziert habe kann ich sogar diese ganz normalen lichtausgänge die man hier vorne schalten die man hier vorne normalerweise schaltet eben weiter verwenden weil der decoder gibt ihr licht vorne und licht hinten aus und wenn man eben die platine lässt so wie sie ist ist licht vorne das ist seite 1 das ist immer seite 1 im normalfall das weiße scheinwerferlicht und seite 2 ist immer dann das rote schein also das rote schlusslicht das ist in einer in einem geschalten ja beides zusammen deswegen kann man das ja bei den achtpoligen schnittstelle so wenn man es nicht umgebaut hat auch nicht trennen also nicht getrennt schalten aber man ich habe herausgefunden wie man das eben doch trennen kann ohne dass man dabei immer die kabel direkt an die leds anschließen muss das geht auch und ohne dass man hier direkt auf der haupt platine die kabel unlösbar miteinander verlöten muss weil unter diesem weißen plastik stück sind nämlich diese drei schleife also diese drei kontaktflächen für die beleuchtung und ihr könnt sehen diese flex platinen die zeige ich mal kurz so schauen die flex platinen aus ob man fing es im bild diese flechtelt ihnen mit den glühböckchen hier drauf die kennt man ja noch so gut von den älteren versionen drehen wir sie mal um schaut so aus die sind eigentlich hier vorne drinnen und leuchten dann eben in alle richtungen zu den lichtleitern für die weißen scheinwerfer und roten schlusslichter so die haben wir jetzt natürlich ein teil davon benutzt und zwar habe ich das hinten das stück hier abgeschnitten das teil was man eben in die haupt platine einschieben kann denn das kann man eben weiterhin lösbar verwenden dafür habe ich das eben nur abgetrennt mit einer schere und hier diese diese stücke hier von der leiterbahnen eben vorsichtig mit ein bisschen lötsin belötet damit ich dann nachher die kupferlakträte anschließen kann eben auch durchlöten die kupferlakträte das sind für die leds dadurch schon was vorbereitet das schaut bei mir so aus das hier ist eben die rote schlussleuchte da ist eine rote smd led drinnen und da ist dann das scheinwerferlicht und beim scheinwerferlicht ist das aber ein bisschen was anderes also das kommt dann hier in diesen schacht hinein beim scheinwerferlicht ist das einzig blöde dass man eine led in fahrtrichtung und die andere led in die andere richtung schauen lassen muss das heißt ich habe mir hier zwei leds rücken an rücken zusammen gelötet und dann mit zu einem kupferlaktrad betrachtet ich hoffe ihr könnt das sehen moment fokussieren ist nicht leicht gerade ja das ist eine ganz kleine weiße idee die ist beidseitig belötet rücken an rücken und betrachtet ja warum die kommt dann bei mir so hinein ich hoffe ihr seht das moment scharf machen die kommt aber mir eben da unten so hinein muss man ein bisschen festkleben und schauen dass die dass die kupferlakträte neben anstehen am gehäuse sonst gibt es einen kurzfluss und beim decoder ist der schaltausgang kaputt aber die kommen so hinein warum einerseits möchte ich ja dass eben unten die vier stück der scheinwerfer damit gleich beleuchten und andererseits wenn wir hinein sehen kann man erkennen dass das ein kleiner lichtleiter in der mitte vom führerstand rauszieht seht ihr das ist diese kleine zapfen in der mitte und diese kleine zapfen den in der mitte rausschauen seht das ist der der zum der zu dem spitzensignal also zum zugspitzensignal da oben raus geht also geht da hinaus und wenn ich jetzt die led nur noch vorne scheinen lasse dann habe ich zwar bei den unteren beiden scheinwerfer ein schönes helles led licht aber hier oben gar nichts oder kaum was und deswegen muss ich eben eine led nach vorne also eine led hier nach vorne und die andere nach hinten blicken lassen damit sie eben beides gut beleuchten was für einen weiß ton ihr verwendet bleibt natürlich euch überlassen am allerbesten passen würde natürlich dass die eine warmweiße led aber wenn ihr wollt ihr könnt natürlich auch kaltweiße leds verwenden das ist völlig egal so wie es auch jägerndorfer macht wenn etwas besser gefällt macht es einfach so das ist kein problem das bleibt euch überlassen zur hauplatine hier wird daneben betratet die ganze leitungen die die insgesamt sind sehr vier leitungen weil eine ideelle dh braucht ja eben bloß und minus allerdings plus ist in dem fall immer der mittlere warum plus ist der gemeinsame rückleiter das ist das dieses dieser mittlere pad auf beiden das heißt sowohl vorne als auch hinten die führen zusammen dann auf diesen pin hier bei diesem pin ist meistens das blau ist eigentlich immer das blaue kabel angelötet hier und das ist der gemeinsame rückleiter und das ist eben die plus versorgung weil in der elektronik vor allem hier bei den decoden ist eigentlich alles minus geschaltet ja das heißt ich gebe eben mit dem tastendruck gebe ich eben schalte ich einen ausgang und das ist minus eine minus verbindung wird hier geschlossen und somit kann ich eine led oder irgendetwas anderes zum leuchten oder im betrieb bringen und damit der stromkreis geschlossen ist sind das hier diese äußeren leitungen sind meine schaltausgänge das hier ist einerseits moment schaustellen das ist einerseits hier b b steht für das rote licht also für schlusslicht und a ist das weiße licht also das scheinwerferlicht drinnen das heißt mein scheinwerferlicht das weiße das ist hier der hintere und das schlusslicht ist dann hier das vordere und der mittlere ist dann eben das plus das heißt die minus leitungen sind hier und die sind geschalten die minus leitungen da die zwei und das ist die hexerei bei den ganzen das gilt natürlich für beide seiten ja egal wie das jetzt hier unten außer das gilt für beide seiten für sich das für beide seiten gleich und jetzt könnte folgendes machen ich möchte den led betrieb jetzt dann machen und der led betrieb da brauche ich natürlich vorwiderstände denn sonst da fackelt mir die led ab die leds haben eben von ja je nach led und nach bauart haben sie so um die 1 bis 3,5 volt manchmal sogar 5 volt je nachdem es ist verschieden welche led man benutzt ich habe hier das ist eine rote led die habe ich hier anstatt einer diese hier habe ich eben anstatt einer warmweißen darauf gegeben das wird für die andere seite dann von der lockt das schlusslicht aber die am arbeiten ich glaube mit 3,5 volt oder so arbeiten die also ein guter richtwert ist auf jeden fall dass man für solche leds 1,2 1,5 manchmal sogar 1,7 kilo oben verwendet ja kann man sie natürlich auch ausrechnen was für einen vorwiderstand man braucht ich bin mir nicht ganz sicher ich konnte das ist wie r ist u durch i das heißt r widerstand den will man ja wissen das ist die spannung durch den strom und wenn ich jetzt wissen will wie viel spannung ich da habe dann muss man das folgendermaßen machen man sollte bei einem decoder immer rechnen dass er so um die 20 volt ausgibt guter richtwert und wenn ich jetzt da zum beispiel habe eben die 20 volt und ich habe eine sagen wir eine dreieinhalb oder eine zwei volt led dann ist das eben so zwei volt von den led von der led muss ich von den von der betriebsplanung die rauskommt aus dem decoder abrechnen das heißt 18 volt und die 18 volt das muss ich dann durch den strom rechnen der fließt und der strom der fließt natürlich dann bei der led um den geht es dann wie sind die eigentlich angegeben die ströme wie viele verbrauchen zum beispiel sagen wir mal ja so 20 milliampere das sind 0,02 amper und da können wir uns das jetzt dann folgendermaßen rechnen wir rechnen daneben r ist u durch i das heißt die spannung sagen wir wenn wir die zwei volt von der led abgezogen hat sind 18 volt die 18 volt durch diese 0,02 amper müssen wir rechnen und dann haben wir den widerstandswert moment kurz kurz schauen in meinem hund so jetzt geht es wieder ja also wenn ich jetzt eben diese wo waren wir ich glaube 18 volt ja genau er ist so durch wenn wir jetzt diese den widerstand mehr rechnen wollen ich hoffe das ist richtig ja wenn ich ich hoffe ich habe es richtig verstanden also bitte lüncht mich nicht sollte ich euch da irgendwie ein bisschen einen bullshit erzählen ihr könnt das auch gerne hinein schreiben ob es falsch ist oder nicht bitte ich euch sogar darum aber wenn ich es richtig in erinnerung habe dann ist das eben so dass man die led die spannung der led die angegeben ist von der spannung die eben vom decoder her ausgegeben wird also die mit der man hat jetzt betreiben möchte dass man die abzieht sagen wir 20 volt gibt der decoder aus 2 volt ist die led dann habe ich zwar also 20 volt minus 2 das sind 18 und jetzt da muss ich eben bei 20 milliampere also bei 0,02 amper sind das umgerechnet muss ich das eben dann dadurch rechnen das heißt 18 durch 0,02 das sind dann so 900 ohm müssten das sein könnte in den taschenrechner eingeben also das sollte auf jeden fall gut sein der wert je höher die spannung ist von der von der led desto besser ist desto weniger ist dann auch der widerstand der widerstand wert weil die led auch ein bisschen mehr verträgt dann muss der widerstand auch ein bisschen weniger werden also dem man errechnet weil die spannung die betriebsspannung das da habe ich ja dann bei einem widerstand einen spannungsabfall und um den geht es der muss natürlich da sein damit die led mit der richtigen niedrigen spannung versorgt wird also wenn ich das jetzt so rechne eben die 18 volt durch 0,02 amper dann sind das eben so 900 ohm und das heißt ich brauche für eine 2 volt led einen 900 ohm widerstand man fährt immer gut wenn man ein bisschen mehr nimmt diese smd widerstände hier zum beispiel die habe ich damals ich glaube von konrad oder von amazon bestellt die kosten kosten die kosten einen schaß auf gut deutsch ja die kosten wirklich kaum was die haben einen kilo ohm das heißt da habe ich immer so ein bisschen spiel mit drinnen das dann nicht sein kann dass wenn es schwankungen sind oder einmal kurz ein bisschen mehr spannung ausgebt der decoder dass die led nicht gleich schießt das wäre sehr ärgerlich nämlich wenn ich mir die led gleich zerstöre wenn ich sie nur einmal aufdrehe das wäre wieder eine mörderarbeit weil das ist eine ziemliche fitzlerei diese arbeit so smd led oder ähnliches eben zusammenzulöten und dann zu betraten wenn man es selbst macht das ist eine richtige arbeit eigentlich für jemanden der papa und mama erschlagen hat wenn man so nimmt also das ist eine fitzlerei wie gesagt tja hauptplatine wie schaut das da aus bei der hauptplatine muss man folgendes machen diese hauptplatine hier hat eben da und da wie man wie sehen könnt diese beiden lötpads die sind nicht verbunden dasselbe ist auch hier bei dem sind bei den b seiten b ist eben das rote schlusslicht und a ist das scheinwerferlicht und jetzt ist folgendes wenn ich das getrennt schalten muss ich eines tun das ist natürlich hier schon getan und zwar ist b und a zwischen diesen beiden lötpunkten hier ist es eigentlich verbunden gewesen mit einer ganz dünnen leiterbahn und die habe ich bereits aufgetrennt da ist es am besten indem durch ein skalpell feinsäuberlich hier zwei schnitte machen und dann mit der spitze vom skalpell das schön herausarbeiten möglichst wenig tief schneiden dass ihr nicht durch die platine kommt oder dass ihr die nicht zu viel beschädigt oder eine sollbruchstelle reinschneidet das soll nicht sein und diese leitung entfernen das gleiche gilt hier für diese seite ja und folgendes hier seht ihr schon das sind schon die smd-widerstände drauf und da ist es dasselbe spiel hier ist es nämlich so hier ist auch eine ganz dünne leiterbahn zwischen diesen beiden lötpunkten die ist ja schon so dafür gedacht dass man die auftrennt da hat sich rocco etwas überlegt und das finde ich eigentlich eine sehr geile idee und das da bin ich auch nur durch zufall drauf gekommen weil ich habe mir früher nie die platinen genau angesehen der eine oder andere von sich sicher schon und hat das wahrscheinlich auch schon so gemacht aber ich dachte mich zeigt das jetzt mal dann wenn das aufgetrennt ist hier zwischen diesen lötpunkten diese dünne leiterbahn dann könnt ihr eben euren widerstand hier auflöten auf beiden seiten wo das a steht ja und somit habt ihr natürlich dann das rote und weiße getrennt und das weiße hat hier auf jeden fall einmal für die led schon einen vorwiderstand drauf das heißt ihr könnt die led direkt in den schachtern da einbauen und die braucht auf sich drauf keinen vorwiderstand mehr könnt ihr eben mit so kupferlachtraht betraten und dann da korrekt anschließen das ist dann natürlich kein problem mehr da braucht ihr keine bedenken machen und die led sind ja sehr klein könnt ihr dann ganz leicht hier verstauen und die leuchtkraft ist der wahnsinn so ja auf b wollen wir natürlich auch eine led haben aber könnt ihr sogar in weiß nehmen weil die lichtleiter von den lokomotiven sind ja oft eh auch in rot das heißt wenn ihr das weiße scheinwerfer also ein weißes led licht verwendet scheint das am ende dann trotzdem rötlich draht durch weil eben die roten lichtleiter drin verbaut sind in den lokomotiven ich verwende trotzdem eine rote led weil es dann ein bisschen ein dünkleres und ein bisschen ein satteres rot ist und ich mag das sehr gerne deswegen nehme ich rote leds dafür wie man hier auch schon sieht das hier ist eben so eine rote smd lit erkennt man hier nicht ich weiß die sauglein die sauglein das erkennt man hier kaum so hier ist eben b das rote licht das ist aufgetrennt hier brauche ich keine verbindung das heißt die lassen wir weil ich möchte sehr getrennt schalten das geht dann hier ist dann der strom gas so einerseits habe ich das weiße licht das schaltet hier im minus weg geht über die led kommt dann in der in der mitte zurück und geht hier auf plus dasselbe dasselbe geht beim roten licht das komme ich hier weg minus geschaltet auf das auf die rote led und kommt hier in der mitte zurück auf plus auf den gemeinsamen rückleiter und dasselbe geht auch auf der anderen seite genauso ha genauso ja also das ist da ist kein unterschied die einzigen unterschiede sind eben die pins welche anschlüsse welche sind und da erkläre ich euch jetzt wie das geht wir haben wir haben hier und wir haben hier jetzt da eben bei diesen pin da ist ein weißes kabel normalerweise drauf am stecker und das weiße kabel bedeutet also licht vorne und licht vorne bedeutet jetzt folgendes wir drehen die blöde um die platine wir merken aus diesen pin hier umgedreht ist das jetzt der da und das sieht man schon hier geht die leiterbahn weg die leiterbahn geht hier weg geht hier durch durch die platine durch kommt hier wieder raus geht unter meinem widerstand durch und kommt daher und dort geht sie wieder durch auf die andere seite und wo kommen wir dahin dahin jetzt kommen wir dahin ja genau hierhin auf diese auf diesen punkt und der bei dem punkt kommt jetzt eben die spannung minus geschalten von etwa 20 volt hierher auf diesen vorwiderstand mit einem kilo ohm läuft hier drüber ich habe hier einen spannungsabfall sagen wir rechnen wir einfach mal jetzt sagen wir jetzt einfach mal ich habe hier einen spannungsabfall von 18 volt damit ich hier die 2 volt für die led raus bekomme hier kommen die 2 volt für die led raus und gehen auf die weiße scheinweife led die leuchtet und da ist der stromgeist geschlossen weil ich dann eben zurückkomme hier auf die mittlere leitung zum plus das ist die hexerei wäre das jetzt hier verbunden mit diesem noch mit dem b dann würde hinten auch die rote led leuchten in einem durch obwohl ich das ja eigentlich nicht will deswegen ist er hier aufgetrennt und hier ist eben der vorwiderstand damit ich die led nicht gleich zusammenhauen also kaputt machen so und das gleiche spiel können jetzt auch noch mal machen mit licht hinten was passiert bei licht hinten weiß das jetzt folgendermaßen ab licht hinten ist nicht der da sondern der da das ist der pin das ist dann das gelbe kabel am decoder am achtpoligen stecker das ist das hier das verfolgen wir jetzt wir drehen wieder um das heißt wir kommen hier raus das ist der pin für das rück für das licht hinten verfolgen die leiterbahn geht dahin hier geht es nicht weiter dann kommen wir auf diesen widerstand also auf den ersten punkt vom widerstand dann können wir über den widerstand verlieren hier gleich einmal 18 volt es bleiben über zwei volt die laufen darüber und hier unten ist eben der ist eben dieser kontakt für das weiße licht und ist die led hier auf der zweiten seite licht rückwärts das weiße scheinwerferlicht ist geschalten kommt dann geschlossenen stromkraft zurück auf den mittleren leiter und hier auf den gemeinsamen rückleiter das ist der da wo eine spitze drauf ist hier von links oben der zweite das ist das blaue kabel dann immer am stecker und bei b bekomme ich hier nichts hin weil hier ja aufgetrennt ist diese leitung das seht ihr hier hier ist ja aufgetrennt da kommt nichts hin und da läuft sowieso nichts drüber und hier kann ich dann getrennt das rote schlusslicht schalten und wie habe ich das jetzt mit dem getrennten roten schlusslicht gelöst folgendermaßen jetzt drehen wir die platine wieder um und das ist das interessante bei dem ihr habt ja die löcher in der platine wenn ihr keine löcher zur verfügung habt aber welche braucht ihr könnt sie euch natürlich selbst bohren aber ihr müsst natürlich auch darauf schauen dass hier keine leiterbahnen sind die ihr dadurch beschädigt weil sonst ist die platine kaputt in meinem fall war das so ich habe eben hier und hier ja das war ich habe hier und hier ein loch geboren bei diesen beiden damit ich eben dann von oben durch ich sehe das gar nicht ich habe eben hier und hier in dieses loch geboren mit einem 1,5 mm bohrer reicht das vollkommen aus vorsichtig bohren schnell drehen nicht zu viel andrücken also nicht zu viel vorschub geben bis er durchkommt und dann vorsichtig rausziehen das habe ich gemacht dass ich hier den widerstand einmal den einmal den da jeder eineinhalb kilo ohm da durchstecken kann anlöten kann und dann habe ich den vorwiderstand für das rote schlusslicht auf beiden seiten auch schon gegeben der hat eineinhalb kilo ohm warum weil diese roten smd lids so stark leuchten ja dass sie schon so extrem hell sind und deswegen möchte ich möchte nicht dass mir das alles überstrahlt das rote licht ja deswegen gebe ich da auch gleich größere vollwiderstände dazu stelle das am decoder auch ein bisschen schwächer ein auf meinem isolok sound vier oder fünf decoder und die sache ist erledigt und ich habe ein schönes sattes rotes schlusslicht und noch dazu brauchen die ja kaum energie wir brauchen wirklich kaum energie das ist für den decoder auch sehr viel schonender alles was ihr verbessern könnt was euch die lebensdauer des modells verlängern kann und wenn ihr dazu fähig seid dann tut es das schadet nicht glaubt mir das schadet wirklich nicht ja wie habe ich das jetzt noch angeschlossen das ist jetzt so ihr seht ihr diesen widerstand hier der kommt dadurch der widerstand ist bei der seite 1 das schaltet mir hier eben das rücklicht also das läuft über diesen widerstand kommt die sie das rücklicht auf diesen pin und den muss ich natürlich verbinden den habe ich jetzt hier verbunden mit diesen pin auf der schnittstelle und was ist das für einer das hier ist für das grüne kabel vom decoder das ist aux 1 und den stelle ich so ein dass wir dann der über diesen widerstand hier das rote schlusslicht leuchtet natürlich ist das dann wenn ich umdrehe also wenn ich auf rückwärts schalte habe ich hier scheinwerferlicht und hier das schlusslicht das schlusslicht auf dieser seite umgekehrt natürlich ist es wenn ich hier das schlusslicht einschalten will muss ich den muss ich jetzt das so machen weil die platine natürlich nur begrenzt platz hat der widerstand geht auch durch ist unten bei b angelötet und somit habe ich den vorwärtsstand für die rote smd liegt auch da und hier habe ich einen pin diesen pin verwende ich dann für das aux 2 kabel das ist das violette kabel am decoder da kann ich mir von einem alten achtpoligen stecker sogar den pin runterlöten den das violette kabel darauf anlöten und das dann hier sogar verwenden und einfach drauf stecken und die sache ist erledigt eine geile sache dann kann ich das sogar immer wieder lösen und muss den decoder hier nicht fest verlöten das ist eine gute sache das hier war übrigens eigentlich mal für den stromabnehmer da könnte man eigentlich dieses blättchen hier umstecken vom schienenbetrieb auf oberleitungsbetrieb dass die beiden verbunden sind aber beim digitalen fahren sollte man das eh nicht tun das kann nämlich sein dass bei der oberleitung dann die ganzen daten nicht richtig ankommen oder nicht richtig gelesen werden können habe ich gehört beim digital fahren und deswegen sollte man das unbedingt vom gleis machen weil da hat man viel mehr fläche weil die räder bieten sehr viel mehr auflagefläche und somit auch können auch die datenstunden besser fließen zum decoder als bei den schmalen leitungen vom fahrdraht und von dem stromabnehmer ja hier kommt aux 2 das violette kabel hin somit kann ich hier eben diesen dieses rücklicht steuern und hier über aux 1 das grüne kabel was hier schon am stecker ist kann dann hier das rote licht steuern ich weiß ich habe jetzt sehr viel erklärt ich hoffe dass das aber einigermaßen gut erklärt ist für euch und dass ich euch da das auch gut vermitteln konnte natürlich mir auch nicht immer leicht ich weiß aber ich habe ich werde mal ich werde mal sagen hauptsache ihr bekommt überhaupt informationen über sowas weil ich glaube das kann einen jeden viel helfen ja und das sind so kleine sachen die man selbst machen kann ja und ihr müsst euch eine sache müsst ihr euch vor augen führen ich bin kein elektroniker ich habe noch nie elektronik irgendwas gemacht nur hier war sie im hobby in diesem hobby seht ja ich bin kein profi und ein ein profi der einer der von euch profis ist der das sieht der weiß ganz genau dass es so ist also das ist keine das ist keine lüge keine lüge bin auch schon mit dem ich das ist kein geheimnis würde ich sagen allerdings ein bisschen was kann man machen wenn man sich darüber traut und das möglichst wirklich möglichst sauber verlötet kann man da viel erreichen das sieht man hier wie gesagt ich bin kein elektroniker ich bin auch kein löt profi wie man sieht aber dass ich finde so schlecht schaden die punkte von mir nichts aus würde ich sagen ich hoffe zumindest aber man kann hier sehr sehr viele geile sachen machen und ich bin schon froh darüber dass ich auf das drauf gekommen bin denn das lässt mir natürlich jetzt wieder ein paar technische vorteile übrig bei den lokomotiven mit 8-pol decodern weil ja das ist doch sehr viel besser wenn ich den decoder wirklich über einen stecker lösen kann auch beim aux 2 als dass ich ihn fix verlöten muss so brauche ich den lötkolben ich kann alles ab abziehen und ich kann ihn woanders verwenden und programmieren coole sache so lassen wir das noch mal revue passieren noch mal schnell durchlauf getrenntes licht kein problem a und b a weißes b rotes licht hier auftrennen also zwischen a und b das auftrennen dann ist das rote licht von b getrennt und das kann man dann über einen aux 1 oder orx 2 ausgang oder irgendeinem anderen wenn man denen überhaupt schalten ja das a die leitung hier auch auftrennen wenn man leds benutzen will und dann kann man das hier auch machen dass man eben hier gleich einen vorwiderstand drauf lötet hier in den smd wieder stand mit einem kilo um und somit habe ich für den für den led betrieb auf der hauptmediene eigentlich schon alles drauf was ich brauche und brauche nur noch die leds verbauen und das gilt für beide seiten sowohl für die vordere als auch für die hintere seite und hier seht ihr die widerstände die sind durchgesteckt und angelötet der hier ist für aux 1 der für den aux 2 die muss man natürlich noch extra mit einem pin belegen mit einem passenden wenn man hat dann kann man den auch lösen ansonsten muss man ihn halt anlöten dann ist es halt so aber das macht nichts und somit habe ich getrennt schaltbares licht und widerstand habe ich euch schon vorhin erklärt ich hoffe auch richtig wie man den rechnet für eine 2 volt led mit 20 milliampere so sagen wir mal so hausnummer rechnet rechnet bitte damit immer dass der decoder so etwa 20 volt ausgibt das ist ein guter wert den kann man sogar leicht ermessen wenn er 22 volt ausgeht das ist auch durchaus möglich ja bei manchen decoder nicht wundern dann habt ihr immer noch ein bisschen reserve deswegen geben wahrscheinlich die hersteller auch von haus aus das macht rocco nämlich auch dass sie gleich ein kilo ohm smd widerstände verwendet weil rechnerisch gesehen hätten wir ja jetzt eigentlich 900 herausbekommen aber auch bei den profis also bei den herstellern sind 1000 ohm widerstände die vor diesen smd jetzt geschaltet sind also die werden schon wissen warum sie das tun und das sind halt wie es scheint verwenden die 2 volt leds sonst würden sie nämlich kleinere widerstände verwenden würde ich mal sagen wenn die led mehr spannung vertragt aber ja so ist es halt ja und wenn ihr euch das bei der 10 14 zum beispiel macht auch bei einer öbb f42 von rocco da müsst ihr das übrigens auch bedenken dann da müsst ihr nämlich für das zugspitzensignal die led die weiße müsst ihr nämlich dann eben doppelt also rücken an rücken löten also zwei stück die immer in die jeweils entgegengesetzte richtung leuchten damit ihr sowohl die zwei unteren scheinwerfer als auch das zugspitzensignal damit beleuchten könnt das ist ein riesenaufwand aber es zahlt sich aus und das fertige modell werden natürlich auch noch sehen ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe das hat euch weitergeholfen und viel spaß beim basteln beim probieren traut euch wenn ihr etwas kaputt macht ja schade darum aber ihr lernt nur aus wie schon mal erwähnt ich habe schon mal einen esu loksand vor vier plux 22 decoder zusammen gehabt also den habe ich falsch belötet und mir die endstufe vom sound geschrottet und seitdem ist er nur noch ein stinknormaler lockpilot decoder wir spielen kann man ihn aber er kann nicht aber er kann nichts wiedergeben schade drum aber ja das passiert das nennt man einfach leer geld und wo gehobelt wird fallen nun mal immer spiele und das weiß jeder der was tut und dass ich das traut oder also nicht verzagen weitermachen und beim nächsten mal passiert es einfach nicht mehr so einfach ist das fehler kann nur der machen der was tut der was arbeitet oder ist einfach so ja ich danke fürs reinschauen ich hoffe das hat euch gefallen euch geholfen und euch vielleicht auch inspiriert das ist einfach dieser typ von der platine kann man eigentlich so standardmäßig sind die eigentlich eh immer gleich ja z8 poligen von rocker oder meistens sind die gleich und man muss sich eigentlich nur hier hinten die leiterbahnen verfolgen das lässt sich ja eh schön verfolgen und man kann dann wirklich sehr viel herausfinden diese dioden hier die sind glaube ich nur für den rückleiter hier damit eben die stromrichtung richtig ist im analog betrieb wenn man eben mit plus minus also mit richtig polarisierten gleichstrom fährt damit eben vorne und hinten das licht ein und ausgeschaltet wird ich glaube dafür sind diese dioden hier weil die dioden sperren ja beim gleichstrom in eine richtung und damit die eben beim fahren das richtige licht schalten in einem analogen modus also vorwärts das scheinwerfer und rück und hinten das schlusslicht richtig schalten sind diese dioden mit draußen was ich so weiß diese dioden gehen er übrigens auch hierher die dioden sind ja so geschaltet dass die der tat zum rückleiter gehen also zum plus ich glaube das machen nichts anderes als das deswegen sind diese leitungen da auch hinten aber miteinander verbunden wenn ihr das sieht moment wo steht wo ist das da das hätte ja zum beispiel da ist die eine leitung die geht da so her darum herum kommt hier zurück und das ist der dann kommt dahin auf diese diode und hier zurück auf plus was ich so weiß liegt das nur an dem ob das eben richtig ist also ob das eben richtig geschalten wird oder nicht im analogen modus würde ich zumindest mal so grob sagen ich hoffe ich hätte da keinen schrott ja ein jeder der natürlich mehr weiß gerne in den kommentare könnten mich und natürlich alle andere gerne informieren manche von euch sind sicher elektroniker die werden es tausende und arbeit tausende male besser wissen als ich also ich nehme jede info gerne an und alle anderen natürlich sicher auch ich danke schon einmal im voraus ich hoffe ihr habt spaß dabei und ihr könnt euch auf jeden fall trauen das umzubauen das ist nicht so wild das ist eine fitzlerei es dauert stunden ein paar aber hauptsache ihr macht das gut und es funktioniert ich wünsche euch noch einen schönen tag und viel spaß beim basteln ciao